Ihr Spargel, das erste wunderbare, gute Frühlingsgemüse, ist ein Gaumengenuss. Man muss nur die richtige Sorte nehmen. Man muss möglichst bestreht sein, deutschen Spargel zu kriegen. Denn der ist schmackhaft, der ist kalorienreich und er lässt sich auch sehr gut schneiden, schälen. Beim Schälen muss man besonders darauf achten, dass man die Spelzen alle runterkriegt. Denn sonst hat man nachher Schwierigkeiten beim Essen. Denn die Spelzen, die man hier abschabt, werden beim Kochen nicht weich, sondern sie zeigen sich sehr nachteilig nachher auf der Gabe. Wahnsinn, du bist ja schon bald fertig. Jeder bekommt fünf große Stangen, mittlerer Sorte, mit frischen Kartöffelchen, die ich gleich schäle. Und nur Butter. Nur Butter. Die angemachte Hollandaise zerstört den eigentlichen Spargelgeschmack. Hollandaise geht immer in den Vordergrund, geschmacklich gesehen. Und deshalb ist es besser, man nimmt den Spargel nur mit Butter. Ja.